Die ganzen Hirntätigkeiten führen ja weg vom Augenblick und vom Augenblicklichen, weil man anfängt in Worten zu denken. Aber so geht ja, denkt man ja schon an die Zukunft oder an die Vergangenheit. Und das ist für mich selber nicht so besonders nützlich, weil ich auch die ganze Zeit spiele und dann verliert man leichten Faden.